hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit robben hallo 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 wollen wir mal rausgehen in das schlechtes wetter ja 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 sehr schönes wetter heute ich glaube du hattest ja die wohnwagen siedlung hast du ja glaube ich schon durchsucht oder ja doch die hatte ich alles leer geräumt das weiß ich noch mal auf die karte gucken ja dann gehen wir einfach gehen wir einfach in die richtung weiter würde ich sagen vielleicht kommt da ja noch was oder da ist dann schluss da muss man mal gucken hallo die damen hätte ich ja schon gestorben ich weiß nicht ich habe nur einen schlag gebaut ist doch gut ja aber ich bin ich meine kopf hat zerfetzt oder so das war jetzt ein bisschen enttäuscht und holz mal schauen ob wir hier reinkommen ja sicherlich da wurde schon jemand davon hallo und jetzt niemand drinnen auf der toilette gibt es mal wieder nichts wasser und leeres glas und eine garage hast du gefunden leben brauchen wir immer für unsere schmelzen ja aber ich glaube unsere schmelz ist so voll gepackt dass so viel zeug trainer ich denke mal da ich höre was hier unten ja da war was da war etwas weg mit dir auch hier ist noch ein bisschen essen ich habe zwei fähigkeitspunkte wieder das ist komplett aufgelevelt was wollte ich denn eigentlich leveln ja ich hoffe ich habe nicht was ich ja nicht genau da brauche ich aber intelligenz level 8 ok da sind meine zwei punkte schon wieder weg nicht stoff 14 stoff 14 stoff 14 ja dann das sehe ich mein wahrnehmung es bräuchte mich für weitere sonnen und es hat auch hier und mit regnen wo ja stimmt wo wir auch noch ein safari nicht vergessen naja genau naja gut ich habe auch ein mechanisches teil gefunden das ist gut die braucht man ja da haben wir ja noch eine mehr glaube ich wir brauchen mechanische und elektrische teile ja ich bin noch nicht erinnerung genau ich höre schon oder irgendwo was das ist hier aloe vera nehme ich mal mit das kann ich mal essen das ist noch mal essen dann können die kann diese messing heizgarten was braucht man die eigentlich findet man ständig die kann man zumindest zu legen sage ich mal ja ja gut irgendwo eine schlange geht hier im haus ist nicht lange verschwindet die kann kommst du klar alles gut alles gut super ich erkunde so lange das boot war ich schenke rechte aufteilung so was haben wir denn hier das können benzin benzin kann ich mich mal mit haben wir zwar auch haufen aber man kann es ja immer mal gebrauchen genau wir können ja immer gebrauchen wegen den motorrädern dann und so jetzt nichts da ist besucht das leder kann ich mal mit packen hier warst du denk ich mal schon drin oder ich bin gott nur in diesem buch aber ich bin gott auch nicht ich versuche nur mittlerweile auch unwichtige sachen zu übersehen ach so dann ist ja gut sagt wo ist dietrich bosse dietrich hat ähm nö also bin ich voll ach Federn brauchen wir glaube ich auch ne ja diese Federn brauchen wir auch immer für irgendwas ja ja ich glaube für die teile hier fürs motorrad oder so ja da wo rennst du denn hin oh gott oh gott oh gott und ihn alle her noch mal ne ja bleib liegen jetzt ist er tote jetzt hast du sie getötet man müsste da ist noch einer boah alter meine güte egal wie er sich gedreht hat naja kommt man wieder nicht über den zahlen rüber ach hier geht es rum ok wir haben eine zerstörte hütte ich weiß gar nicht in welche richtung wir ach hier hinten ist ja sowieso dein schluss schon echt hier ist noch ein wohnwagen ich finde es halt an Samhain der ist echt gut dass man halt Sachen unendlich viel stacken kann im Inventar weißt du also dass sie kein Gewicht haben sehr gut ja hallo ich trete hier auch nicht meine Güter hätte keine Ausdauer mehr ich habe die nicht getroffen ich bin da oben hochgepackt da kommt noch irgendwo jemand na der ist hier hinterm Zaun so was haben wir hier drinnen eisenvorschlag haben wir zwei stück ok oh ich habe den Kopf abgeschossen so ein Mist aber auch so ich heile mich mal ich war nämlich was tut jetzt hallo ach da hinten wo die alle herkommen ich du zerstörter Generator die wollen es wissen jetzt was ist das hier selbst gebautes Gewehr was zu trinken na gut selbst gebautes Gewehr braucht man glaube ich nicht nee das ist nicht so was wo gibt's denn nee auch nicht so gut jetzt nee 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 das schießt ihr zu langsam ja vielleicht für später zum snipen Buch ähm wir waren wir hier schon drin ich glaube nicht die ausdauer geht so schnell weg ja das wird schmerzlich eine hängt hier ist gar nichts ok ok reingekonnt kann man aufs dach hoch ok in so einem Haus waren wir schon ne ich glaube auch ja hallo dass die immer aus den Schränken rauskommen ja ne da kommt schon wieder einer raus ein R ja so er wollte dich grad anknarbern ah ok tja schmerzmittel schmerzmittel sind gut ja ich hab's doch gewusst bleib liegen was war das denn oh ein Tresor sehr gut das ist doch was für mich aber da wird wahrscheinlich noch da wird wahrscheinlich nur Geld drin sein denke ich mal ja in Häusern das meistens nur gut ja ja na Teil Dietrichs Obrochen großartig na komm oh gegen Medizin verrückte Serbeln ah die sind immer gut hallo wer auch ein paar wie heißen die hallo wie wäre auch schon selbstgebauter Stab und Silberklumpen ok Silberklumpen nehme ich mal mit kann man vielleicht gebrauchen oder die sind vielleicht auch nur zum verkaufen das kann natürlich auch sein ja bist du denn gerade unten ach du bist schon runter gegangen nee also ja im Erdgeschoss im Keller war ich auch noch nicht ja da habe ich eins sehr hakt aber hier ist relativ ruhig ja hier unten nicht so unbedingt na du kommst ja klar oder ja ja guck mal hier in der Küche was ist das hier verkohltes Wildbret mhm was zu essen kann ich kläm mal mumpeln so oh ja ja hier unten gibt es ganz gut Vorräte mhmhm dann sammle die mal ein du wolltest ja nicht alles mitnehmen nö nö zeringer die Mali auf Bewegung aus dadurch der Rüstung erheblich ist mhm du wirst ja unten, vater kannst du essen ah lecker mhmhmhm nö 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 so was wir da unten noch irgendwas interessantes gefunden ja hier gibt es einiges ich komme gar nicht dazu alles inzuschauen wir sind rufen wird irgendwie noch was verbrannt so ein bisschen müll na gut mit steinen drin großartig steine brauchen nicht was ist das technik mechanische teile nehme ich auf jeden fall mit habe ich zwei jahren sind ok was haben wir eine axt naja gut und übernehme ich vielleicht auch mal mit da habe ich schon für würde ich auch nicht nur ja büro still braucht man nicht gut dann sind wir hier unten durch so weit denke ich mal die habe ich gar nicht gesehen ja und verband und die sterben dort nicht schlecht war ja kann man alles nehmen genau eben darum da brauchst du ein alteisenbrustpanzer level 2 alteisenpanzer 3 habe ich okay habe ich auch gerade ein 3er gefunden da können wir den zwei eigentlich hinschmeißen ja dann brauchen wir eigentlich nicht genau so schlössene tür auch so wir sind ja oben durchs dach gekommen müssen wir da auch wieder raus wir sind glaube ich durchs dach eingestiegen warum man das doch war hier war die toilette hier noch nicht geschaut ja oh ja cool ist noch mal ein maschinen hier wurde so ok so hier glaube ich ja 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 ok da ist oder sind wir nicht gut das ging schnell den kannst du mitnehmen das war nicht mal in so ein komischer bärne oh ja perfekt kann man schon fleisch ausnehmen oh ja knochen so brauche ich nicht alles gut wieder ein bisschen fett und so jawoll was braucht man eigentlich was braucht man eigentlich fett für die fackeln ach so ok tierfett oder sowas war genau für die fackeln braucht man dieses tierfett ok huch falsche taste ja wollen wir mal zu dem einzelnen haus gehen da ja komm ich so einsam würde ich mal vielleicht geht es ja da auch noch ein bisschen weiter wer weiß aber ich denke mal hier wird dann schluss sein obwohl das sieht schon gar nicht wie ein haus aus das sieht schon aus wie ja das stimmt das stimmt das stimmt ich habe noch vier schuss ne sechs schuss besser als feiner ok hier drin geht es ab und trinke es ab ja ich habe die paar gehört auf jeden fall sieht aus wie eine kürcher oder war noch gar nicht tot ich habe doch den hat schon der hält einiges aus gegen glas wo ich und er ist der erste hilfe verwandt habe ich gefunden aber ich habe hier vorbeins kästen mit ihnen weil wir haben ja so viele ja ja hier vorne ok so hier geht es nach oben aber sollten vielleicht erst mal unten gucken ja ich habe hinten noch eine tür gefunden schlaf gemacht also geräuschkulisse ist schon ja hier geht es ab auch hier bist du noch bin ich eben am kreis heran und wie gesagt ich habe ja verbandskästen mitgenommen da habe ich ja noch fünf stück einstecken also von daher okay die heilen ja halt auch ein bisschen besser denke ich mal genau ja doch die hause nachfassen macht ja auch sinn ein bisschen ruhig eine treppe aufgegangen schönes schlafzimmer oder schönes bett besser gesagt okay was zu essen oh was trinken sollte ich vielleicht auch mal hier geht es nach drüben na da klopft ihn an die tür guten tag jetzt bin ich draußen da gibt es noch ein krill ok jetzt alles erbarrikadiert oh hallo zum die hier ist gar keiner dann machst du was verkehrt ne du hast dich noch anders als netze so viele hatte ich ja gar nicht also ich bin hier gerade eine tür am freihauen wo du gerade bist cool ja ich bin immer rum drum gelaufen okay einmal rum drum gelaufen was ist das ja eine ballonmütze aha ok was ist riesig jetzt haben wir hier noch mal ein bisschen mülle da gibt es gebruch sand drin das brauche ich nicht unbedingt das haus ist riesig ja ja so ich habe nichts munition also wenn es mal irgendwo ein bisschen munition gibt ich würde dann gerne welche mal neben wieder so zehn jahre okay okay guck mal warte mal ich kann dir eigentlich was geben weil ich schieße hauptsächlich mit der knarre was ist denn hier sieben ich habe auch noch machen munition muss immer rausschmeißen hier kann man gibt ja einfach mal die hälfte meiner da sind 56 schuss ok sehr schön ja ich schieße ja hauptsächlich mit der knarre das so ja ich schieße ja auch nur im notfall ja je nachdem aber mit der knarre habe ich ja üben sie über 700 das ist munition für dich ok sehr gut ich habe auch mal medizin gefunden aber nur schmerzmittel trennen naja gut was ist das ok aber gar nicht weiter nach oben ja auch noch ein paar schmerzmittel irgendwie nur nach unten oder so ja hier ist was versteckt noch da oben links jeder eingang wir müssen ja eigentlich weiter nach oben ich weiß nicht ob man von draußen dann vielleicht nach oben kommt oder ja ich muss ja hier geht es weiter gehen aber nicht da wo wir eigentlich hin wollen wir wollen was versteckt noch was geld drin ok eisenbolzen maschinengewehrteile kubuschrot ok das ist kein stabiler boden ok ich habe es gemerkt ich habe den glück in meinen schuhen auch so den upgrade drin dass ich weniger falsch haben also beziehungsweise gar keine laute ja hier über das dach bin ich schon gegangen ja da bin ich dann da reingekommen und du warst ja ich gehe schon mal runter und mich jemanden sind so wollen wir gar nicht weiter jetzt nach oben gehen versuchen in den turm naja ich glaube ich glaube ich dass da noch etwas besonderes gibt weiß ich nicht ok wir könnten wenn wir in dem fahrschule schafft gehen können wir dann ein paar baublöcke etwas entsetzen ja vielleicht kommt man ja auch nach die tür habe ich schon mal probiert ist jetzt wieder unten oder bist du oben noch ich komme wieder hoch und du bist unten ja da bist du da bin ich worden das jetzt ja ich weiß gar nicht ja so wurde mal dann müssen wir hier übers dach wir draußen sind hier runtergefallen ja ja genau hier hinten bin ich nämlich schlank einmal hier quer fällt ein bitte mal folgen ok ich folge hier oben bei dem kronleuchter ja genau hier geht es ja auch noch nach oben hier in der mitte wenn man hier ist eine leiter ok dann kommen wir hier hoch hier unten ist auch noch eine leiter wo ich jetzt stehe da kannst du so hoch klettern ohne dazu springen hier kommt man auch noch raus na gut hier ist noch mal eine kiste munition aber die kann ich nicht gebrauchen so was ist hier drin elektrische teile dann ist hier noch technik krieg muss man gucken ob du das schon hast ich hab das schon und hier wahrscheinlich nicht weiter hoch kommen jetzt hier aufs dach gehen das wird zu steil sein da rutschen runter ja dann müssen wir irgendwo von trainer das garantiert hier oben hier hoch gehen ok da kommt man nicht rüber hier war es wir können ein paar baublöcke machen zu baublöcke dabei ja oder müssten ja bis also auf jeden fall ist ja da oben noch was auf jeden fall eine kiste ich glaube bei der kiste warm oder schon ich weiß es nicht warte mal ich muss am besten mal dahinter rüber guckst du musst kurz die tür zu machen kann ich hier irgendwas anbauen oh warte mal hier geht es ja auf jeden fall nach oben der fahrstuhlschacht war hier links ach so hier sind wir nur in dem raum wo man nach unten fährt hier kann man leider auch ganz schlecht bauen kann man ach so naja dann lassen wir das lieber vielleicht oder sie mit all streben her schwierig man müsste sich von hause von draußen am haus nach oben bauen das wird auch gehen naja also ich bin jetzt hier oben hier kommen hier kommt man doch nur aus dach geil toll aber vielleicht kommt man ja von da nach nach oben nach oben schräg und dann müsste ja auch mal gucken ich bin jetzt bauen so hoch ist ein bisschen kack ja komm mal ich versuche mal hier so ein weg zu bauen da oben links kann man nicht einfach auf dem dach natürlich keine ausdauer mehr großartig mir geht es schlecht rein die ganze lang laufen musst du aufbauen dass er nicht nach unten rutscht ja kriegen wir das mal ein bisschen ausdauer regenerieren ist aber relativ einfach wieder hochkommen muss einfach den baublöcken folgen gehen die ich versetzt habe nein ok ja erstmal bis ganz nach unten fallen ist aber eh nichts drin außer meistens ok also lohnt sich nicht aufzukommen deine blöcke kannst du damit nehmen das stimmt nicht so gut ok ich bin mir dann sicherheit ok dann können wir ja die folge beenden und machen hier im nächsten part weiter dann passt das ja genau dann bis zum nächsten mal macht's gut tschüssi